Erinn Garliger Ich habe über die Proteste geblockt von letztem September, dem 26. von jemandem, der in Guala de Hero verschwunden ist und dann habe ich diese spezielle Software entdeckt und habe begonnen darüber zu berichten. Ich habe die Hoffnung, euch hier über Lokvisiege etwas zu präsentieren. Und Alberto Esokria hat mir mit der Recherche stark ausgeholfen. Alberto verwendete Open Source Tools, um Botnetze in Twitter und anderen sozialen Medien aufzuspüren. Ich werde euch mehrere Grafiken und Videos vorzeigen über Botnetze, die in mexikanischen sozialen Medien, besonders Twitter, gefunden werden. Eine Warnung, blutige Bilder. Eine Umfrage 2014 fand, dass 96% der mexikanischen soziale Netzwerke benutzen und Instant Messaging. Diese wird verwendet, um digitale Proteste wie auch Protestmärsche zu organisieren. Die sollen der Menschheit zugutekommen. Bots sind aktiv seit 2012 in Mexiko. Es wurde während der Präsidialelection Bots in sozialen Netzen festgestellt. Zu Beginn wurden sie nur benutzt, politische Propaganda zu verbreiten. In Oktober 2012 starten sie Hashtag zu benutzen. Seit letztem November 2014 haben die Bot-Attacken eskaliert. Seit Dezember 5. konnte Alberto 75.000 Bots feststellen. Und seit letztem Dezember gibt es noch viele mehr. Dieses erste Video ist ein erst kürzlich geschehener Hashtag-Attack. Ein Twitter-User hat hier ein Snapshot gebracht. Es sieht nicht mehr viel aus, das hier passiert, aber diese Bots zensieren einen Trend. Sie klagen Vetternwirtschaft an. Seine Nichte hat in einer von der Regierung kontrollierten Unternehmung einen Posten bekommen. Twitter wird Spam benutzt, um die wirkliche Unterhaltung ertrinken zu lassen in einer Flut von anderen Nachrichten. Sie regulieren die Geschwindigkeit des Hashtags, was einen Mechanismus auslöst, der zu Spam führt und die trendigen Topics verändert und aus den Trend-Topics verdrängt. Ich habe diese Bots beobachtet bei folgenden... Ich habe das auch als Hashtag-Vergiftung den Begriff gehört. Falsche Trends auslösen, Schmierkampagnen, oder wie nennt man das auf Deutsch? Schlechte Rufmordkampagnen, Todesdrohungen, politische Propaganda. Alles wird mit Bots ausgelöst. Am 1. Dezember letzten Jahres habe ich erstmals eine solche Attacke erlebt. Das waren Proteste in Ayotzinapa. Es gab dort sehr viele Demonstrationen, Märsche in 60 Städten, Solidaritätsaktionen. Der Flughafen von Oaxaca wurde geschlossen, wurde blockiert, alle Flüge wurden ausgesetzt. Also diese Welle war massiv und war den ganzen Tag lang völlig friedlich. Abends gegen Ende der Märsche gab es den Hashtag Rompelmedo. Rompelmedo heißt Brich Deine Angst. Und Rompelmedo ist ein Netzwerk von Mediarbeitern, Journalisten, Fotografen, Aktivisten und Menschenrechtsverteidigern, die dieses Hashtag verwenden, um Menschenrechtsverletzungen während Protesten zu dokumentieren. Als das Hashtag zuerst in den Trends auftauchte, war diese Karte etwas, was geblieben worden war. Es sagt, die rote Zone ist voll von Grenadieren. Er vermeidet diese Zone. Diese Karte war also eine Warnung an die Protester, diese rote Zone zu vermeiden und sicher aus den Protesten herauszukommen. Und etwa 20, 30 Minuten später war dieser Trend, dieser Hashtag voll mit Spam. Für mich selbst, ich habe aus der Ferne berichtet, aus der Sicherheit meines eigenen Hauses. Ich war in Kontakt privat mit Aktivisten, die dort mit Menschenrechtsverteidigern anwesend waren. Aber für die Leute, die Leute dort haben diese Sicherheitswarnungen nicht mehr erhalten. Zufällige Verhaftungen begannen danach. Die Menschenrechtsverteidiger bildeten eine Wand, um die anderen zu verteidigen. Er wurde von der Polizei geschlagen. Er ist reingesprungen, um seine Mutter zu beschützen und wurde dann verhaftet. Aktivisten wurden geschlagen, Protester wurden geschlagen. Die Proteste endeten in brutaler Polizeigewalt und Unterdrückung. Es ist möglich, dass diese Leute auch geschlagen worden werden, wenn sie die Nachrichten nicht bekommen hätten. Aber auf jeden Fall kamen sie in wirkliche Gefahr, dadurch, dass sie diesen Hashtag nicht sehen konnten. Ich werde jetzt ein bisschen zurückgehen wieder. Vielleicht haben sie davon schon gehört. Heißt, ich bin müde. Ich habe genug. Die Hashtag wird als der mächtigste Hashtag in Mexiko angesehen. 27 Tage war es der trendende Hashtag auf Twitter. Es wurde zerstört von Bots. Und die Twitterer fügten immer eine neue Nummer hinzu, um den Hashtag aktuell zu halten. Bei Nummer 34 war es erstmal zu Ende. 23 aus den 34 waren top trending topics auf Twitter. Lukas Sigi nahm dieses kurze Video auf und er wollte nur kurz, dass ich den Anfang zeige. Eine Software, die Flocker heißt. Das ist ein sehr kurzes Video. Diese Software ist kein präzises Werkzeug. Er nutzt Flocker am Anfang nur, um zu sehen, ob Bots überhaupt präsent sind. Flocker zeigt nur Bots, die mit anderen Accounts interagieren. Also wenn sie nicht mit anderen Accounts interagieren, dann wird es sie gar nicht anzeigen. 22 Sekunden Video. Wenn es zu schnell wird, dann spiele ich es zweimal ab. Die Bots sind am Rand. Rentereal sind die wirklichen Leute, die richtigen Menschen. Was Sie hier sehen, das demonstriert, was passiert, wenn die Bots einen Hashtag spammen. Das ist eine Grafik, die Alberto herstellte mit der Software Gelfi. Das ist eine Repräsentation, wie Leute jameikanische getweetet haben. Pink und lila sind wirkliche Leute. Und grün, blau und beige sind Bots. Albert nennt die Tumoren. Er hat auch ein sehr langes Video. Doch nicht so lang, 10 Minuten. Das ist das Interface von Gelfi. So sieht jameikanische in Gelfi aus. Und er zoomt auf einen der Tumoren, die die Bots auseinanderziehen. Diese Software ist nicht besonders userfreundlich. Ich weiß nicht, wie man sie benutzt. Aber es ist sein Hauptwerkzeug, um Bots zu bemerken. Und es ist sehr präzise. Ich wollte euch noch zeigen, wie es aussieht. Die zweite Tätigkeit, die Bots noch ausführen, die ich gesehen habe, sind Fake Trends. Die täglich aktiv sind in Mexiko. Sie kreieren Fake Trends, die tatsächliche Trends dann auslöschen. Ich habe mich mit einem Protest in Acapulco in Mexiko beschäftigt in diesem Jahr. Die mexikanische Lehrervereinigung hatte einen Protest in Acapulco am 25. Diese Bilder, die ich euch hier zeige, sind viral gegangen. Am Abend danach meinte die mexikanische Journalistin, dass Bots diese Accounts der Lehrervereinigung zensieren. Es waren zwei Hashtags am Abend, die trennten auf. Acapulco hat über 300.000 Tweets und trotzdem sind andere Hashtags in den ersten beiden Slots. Und Firmapara bedeutet, wo unterschreibe ich hier? Diese zwei Fake Trends haben die anderen Trends verdrängt. Das ist eine weitere Visualisierung mit Fokker. Das ist das, was wir Menschen nach Acapulco getweetet haben. Und das ist das Sojamante-D-Trend. Das sind die Bots. Die schauen immer so aus. Das ist die Menschen. Sie machen ein massives Netzwerk, das sich verbindet. Und die Bots machen ihr Netzwerk. Die Bots, die Sojamante-D gemacht haben, waren nicht Respammer. Entschuldigung, wenn Sie das nicht reden können, ist das klein. Sie haben die ähnlichen Worte verwendet, aber anders angeandert. Es gab ein wiederholbares Muster. Aber sie hatten sie nicht einfach nur zurückgespammt, wie andere Bots. Dies ist nicht so eindeutig wie ein normales Hashtag-Spamming. Und wenn man nicht Spanisch spricht, ist es vielleicht unklar, dass man sieht, dass die gleichen Worte verwendet werden. Hier bei Valerie, bei Lucia, Das Unterier Wieder drunter. Es werden die gleichen Worte verwendet, aber die Anordnung wird ausgetauscht. Verunglimpfung wird auch von Bots betrieben. Die Kampagnen werden vielfach gegen Studenten, Lehrer, Journalisten angewendet und für Medien gemacht. Die Kampagnen wurden gegen John Ackermann, Nidia Castro, Sanjuana Martínez und Rosana Reguillo gefahren. Über die rede ich gleich noch. Es gab noch einen Protest in Chipanzingo. Dieses Bild wurde getweetet und ich weiß nicht, wer dieser Mann ist, aber er ist einer von vielen, die das wieder getweetet haben. Der Tweet sagt, dass es Lehrer sind, die Steine auf Polizisten werfen. Das sind Leute, die zu Protesten gehen und sich dabei verhüllen, das Gesicht verhüllen. Sie werden meistens diejenigen, die auf Protesten Probleme machen, angesehen. Ich weiß nicht, welcher Tweet zuerst war, der dieses Bild ausgesendet hat zuerst, aber es wurde immer öfter getweetet und man kann sehen, dass es keine organische Aktivität war. Das war nur, was ihr hier seht, ist nur ein Bruchteil der Bilder, die da wieder gesendet wurden. Damit sollten also die Lehrervereinigungen verunglimpft werden, dass sie Steine auf Polizisten werfen. Eine andere Verunglimpfungskampagne gab es Ende von Februar in Mexiko City. Demonstranten haben Graffiti auf eine Statue gesprüht, auf dem steht ewiger Hass für die Ausbeute. Und Bots haben angefangen, darüber zu tweeten, über dieses Graffitis. Und bei diesen Retweets von den Bots wurden dieselben Worte immer wieder getweetet in verschiedenen Reihenfolgen, aber diesmal ohne Hashtag. Protester mit Masken haben diese Graffitis gesprüht. Diese Tweets klingen sehr empört. Böse Leute am Ange de la Independencia, die werden böse enden. Man erkennt, dass der Ton dieser Tweets sehr herablassend war. Die Graffitis kamen am nächsten Tag in die News und zwei Leute wurden verhaftet. Worts verbreiten auch Todesdrohungen. Im Februar 2015, Mexikaner Researcher und Blogger Rosiana Regulio bekam Todesdrohungen auf Twitter. Dies ging zwei Monate lang, bis es auf andere soziale Medienplattformen übergriff. Zu Beginn waren es Memes von verbrennten Körpern, die sagten, was mit ihr passieren werde. Rosana dachte zuerst, es wären nur fünf Accounts. Nach einer Analyse wurde entdeckt, dass dies massive Botsnetze sind, die diese Angriffe ausführen. Dies ist eine weitere Grafik aus Delphi. Und Rosana ist der grüne Punkt, das Target, das Ziel. Dies sind die letzten 200 Interaktionen der Angriffe auf Rosana gerichtet. Die Nummer der Bots, die teilgenommen haben, ist unbekannt, aber es war ein großer Angriff. Und zum Schluss politische Propaganda. Die Verbreitung politischer Propaganda ist die offensichtlichste Variante seit 2012. Im Mai 2015, Simago hat eine Vereinbarung bekommen, die publiziert wurde von Agavius Digital. Agavius, die Seite beschreibt sie als jemanden, der... Agavius hat im Moment 47 Verträge mit der mexikanischen Regierung. Das mexikanische Transparenzportal. Dort kann man das nachgucken. Einige sind jetzt laufen gerade noch, manche sind schon wieder ausgelaufen. Ich versuche gerade online zu gehen. Also das ist das Transparenzportal der mexikanischen Regierung. Und ich glaube, das ist ein aktueller Vertrag. Die erklären nicht viel. Sie geben nur den... Sie geben die Daten der Vertrag und die Beträge, über die der Vertrag abgeschlossen wurde. Dieser Vertrag läuft bis Dezember 2015. Sorry, ich habe vergessen, wie hier der Titel heißt von dem Vertrag. Mexikaner alle kennen diese... Ich bin mir ganz sicher, dass Agavius auch die Standardprodukte anbietet, die jede Medienfirma anbietet. Soweit ich weiß, ist diese Aktivität nicht illegal. Aber es ist ein Informationskrieg. Und es ist unsichtbar. Und es ist schwer, den Schaden zu ermessen zu freiem Ausdruck und Social Media. Und Social Media ist ein öffentlicher Platz, ein öffentlicher Ort. Twitter ist dafür da, dass man mit der Welt kommunizieren kann und News an die Welt verbreiten kann. Und wenn Twitter manipuliert wird, dann wird auch die Meinungsfreiheit in Mexiko beschränkt. Und die Bots gewinnen immer, wenn man versucht, mit ihnen in Wettstreit zu treten. In Mexiko ist ein Hashtag nicht nur ein Hashtag. Es ist ein Weg, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Die Fragen, die wir haben, sind, wer operiert die Bots und können die Bots gestoppt werden? Habt ihr irgendwelche Fragen? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für Fragen. Bitte kommt es zu einem Mikrofon. Ich sehe, dass ein Mikrofon steht. Ja. Hat sie zu einem? Hattest du hier irgendwelches Feedback von Twitter, ob sie irgendetwas getan haben, um diese Bots herauszufiltern? Einerseits. Und andererseits, da ihr in der Lage seid, dies zu visualisieren, was ein Bot ist und was ein richtiger Mensch ist, wäre es nicht eine schöne Idee, eine Art von Twitter-Browser herauszubringen, mit dem man die Bots herausnehmen könnte, um die wirklichen Inhalte zu sehen. Okay. Ja, ich denke, ich habe deine erste Frage verstanden. Ihre erste Frage war, hat Twitter irgendetwas getan, deswegen? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass Sie davon wissen, weil das in vielen Ländern passiert. Ich habe auch selbst ein Support-Ticket abgeschickt, aber ich habe bisher noch nichts zurückgehört. Ich glaube, Sie wissen Bescheid. Ich hoffe, dass Sie daran arbeiten. Die zweite Frage war? Na ja, ihr scheint in der Lage zu sein, die Muster zu finden, die Bots definieren und was die, die definitiv nicht Menschen sind. Das sollte also ein erster wichtiger Schritt sein, um eine Art Twitter-Visualisierung herzustellen, die keine Bot-Interaktion enthält. Das wäre fantastisch. Ich habe keine Ahnung, wie man das selber macht, oder wie ich das selber machen würde. Aber es wäre fantastisch, wenn das möglich wäre. In meiner Erfahrung ist diese Art von Botnet kontrolliert durch Twitter-Applications, also man abonniert Twitter über die Applikationen und die Applikationen arbeitet dann im Namen eines Accounts. Das ist also Metadata eines Tweets und man könnte analysieren, welche Applikationen diesen Tweet sendet und dies könnte ein Muster sein, um diese Netze herauszufinden. Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Das tut mir wirklich leid. Twitter-Applicationen, Twitter-Apps, das ist ein Feature für Twitter-Developer, die Twitter-API, um sich als Twitter-Nutzer maschinengesteuert zu verhalten, Tweets absetzen, Favoriten zu setzen. Es tut mir sehr leid. Es ist die Sprache. Ich entschuldige mich. Komm danach zu mir, dann sprechen wir darüber. Eine letzte Frage. Ich wäre interessiert daran, wie einfach es wäre, diese Analyse zu umzugestalten oder zu übertragen auf andere Länder. Du sagtest bereits, dass dies in anderen Ländern auch passiert und es wäre, meine ich, interessant, eine globale Beobachtung zu haben, herauszufinden, wo diese Dinge passieren. Es wäre interessant, ein globales Netzwerk zu haben, um zu sehen, an welchen anderen Orten das auch benutzt wird. Ja, das wäre fantastisch. Aber ich weiß selbst nicht, wie man das macht. Jemand arbeitet daran, an verschiedenen, Alberto arbeitet daran, verschiedene Social Movements miteinander zu vernetzen. Vielen Dank. Das sind natürliche Sachen, die mir passt. Vielen Dank. Vielen Dank.